hallo hier ist edel und wir sind zurück bei sticks master of shadows ja wo kann man hin das schafft man glaube ich nicht darüber oder ich probiere mal da an die ecke zu springen und das sieht gut aus das sieht gut aus dann müssten wir nicht auch darüber können und dann müssten wir darüber können das hat geklappt nao ich bin da da stehens überall da stehens überall da stecken uns mal hier drunter probieren das mal so aus sieben meter von der kiste entfernt sieben meter geschafft okay aber ich muss das noch warten dass sie mich nicht entdecken okay das sieht gut aus noch einer ist gelb nicht hier reingucken nicht hier reingucken geh weg mutter guck da rein geschafft wir haben es geschafft wir sind in der kiste und kommen jetzt in die gemächer des ja was das regenten oder wie auch immer hey The other officers aren't good enough for it. Is that it? Shh! Someone could hear us. So? Nice and comfy, aren't wir? Come on, off to work, and be quick about it! Und hier bin ich, in den Apartment des Gäste des Gäste. Da steht er, da kommen wir nicht raus. Da guck ich mal da oben durch. Da ist gar nichts. Okay, ich würd sagen, wir speichern einmal. Macht das glaub ich automatisch bei den Level wechseln oder den Szenen wechseln, aber egal. Schadet ja nicht. Oh mein Gott, wie soll ich denn da weiterkommen? Ich denke, da werd ich nur oben rausgehen können. Ja, das ist so falsch. Was war das denn? Der schubst nicht ohne, haut mir seine Keule auf den Kopf. Oh, ich befürchte, die können wir gar nicht platt machen, ne? Ich wollte ihn eigentlich killen und das ging gar nicht. Okay. Kann man den nur bestehlen? Das weiß ich gar nicht, ob hier, ich hab gar nicht geguckt, ich bin einfach gegangen. Oh, war das jetzt schon dran, das hier? Nö. Oh, ich glaube, er kommt ganz hoch, dann sieht er ihn. Du auch? Soh. Ich dachte, ich hörte etwas. Hast du auch, mich. Komm, die Putzfrau machen wir auch kalt. Soh, weg mit dir, dann kann man nämlich das Messer da schön nehmen, was da noch am Tisch liegt. Ich muss hier nochmal umgucken, ob da noch was anders ist. Ne. Ah, da. Aktivieren. Ja, aktivieren. Ja, aktivieren den Speicherstand auch. Wow. Da vorne sind wir schon sehr gestorben. Was ist das? Das Fläste sind verrückt. Machen von Querberus ist nichts. Ich habe mich zu beachten, woher ich stehe. Behrman, ich weiß nicht, was du auf den tiefen Ende dieser Runde hast, aber du willst sicher nicht jemanden, es zu finden. Oh man, man, man. Ich denke, man muss da eingehen, die Zeichen hier an der Wand stehen. Habe ich auch versucht, aber irgendwie wollte nicht so wie ich. So, wir speichern hier einmal, dann brauche ich das Stück da nicht immer laufen. Oh, der ist ja auch, ne? Oh, hm? Scheiße. Das sind die da hinten? Okay. Das ist das Zeichen. Ah, da stehen die auch. Das ist das Zeichen. Das Zeichen. Da ist gar kein Zeichen. Okay, das speichern wir gleich, das wollen wir nicht nochmal machen. Das hat jetzt besser geklappt, als ich das erwartet hätte auch. So, den berichten wir gleich, wir gucken uns erstmal noch um. Ob wir noch was anderes zu holen ist. Ja. Was ist noch ein? Eine andere von Querberos' Inventions? So. Aufgepimpt hier. Aber ich habe ja gerade gespeichert, ich Idiot, ne? Wir nehmen den Bericht und dann gucken wir mal was passiert. Hey, warte. Was ist dieses Stück Papier? Ah, es ist Informationen auf Ozcan. Und wahrscheinlich Barrowman hat seine Augen auf ihn. Hmm. Es sieht aus, dass sie ein von seinen Hinden in den Docks entdeckt haben. Ich hätte besser ihn warnen. Ich würde ihn nicht wollen, dass er in den Jälen des Atrium. Well, nicht während er noch nicht gut ist. So. Stimmt's. CDU-AIN-UN-UN-UN-UN-UN-UN-UN-UN-WO-F workout. Und so, dass wir den Hinden in die Bericht einladen gehen müssen. Es werde sehr locked in hier. Ich werde zu den Sewerern fahren gehen. Ich werde mich an den Bericht haben. Doch muss ich jetzt den selben Weg zurück gehen? Ach, hier kann ich nicht speichern. Toll! No we on wir mit der Kann ich jetzt speichern, ne Mann doch nicht Mist Das, das. So. Jetzt kann ich bäuchern, okay. Was soll das nicht noch mal machen müssen? Scheiße. Kann ich das einfach durch? Ich bin nur krach. Ich bin nur krach. Ich bin nur krach. Ich bin nur krach. Ich werde dich nächste Mal. Ich will das Barscht, der ihn heim hat. Entstanden? Geht doch weg. Ich hoffe, dass sie weggehen. Ich glaube, sie bleiben hier. Sie sind nicht so schrecklich. Ich will den Mann, der hat ihn verletzt! Entstanden? So, ich verstecke mich mal hier und warte mal ab. Ja, getötet worden. Es ist vorbei für ihn. Well, wir müssen uns bleiben. Ja, ich will den Mann zu töten. All right. Geh da rein, geh da rein, geh da rein. Ja, die Königin. Bevor wir uns die holen, speichern wir nochmal. Und das, das machen wir. Kommen wir da rein? Da müssen wir reinkommen, ne? Probieren wir aus. Boah, wenn die noch kalt machen könnten, wäre natürlich super. Oh, da ist die hier gefangen. Chance. Was? Die Uhren ist die Königin. Wie komm ich da ran? Ui. Das war nix. Ich speichere das mal lieber. Das probieren wir dafür auch aus. Dann machen wir ein bisschen länger. Oh. Shhh. Oh. Jetzt hab ich natürlich kein Mester mehr. Ah. Ah, jajaja. Ah, jajaja. Beide Blatt. Oh. Oh. Schau an das. Sein leckeres Geschenk war seine liebsten Frau. Ich werde nur glücklich herausfinden, dass sein Lieber mit einem anderen Mann ausging. Hervorragend. Tja, seine Uhren haben wir schon an den Mann gebracht. Die wird bestimmt, äh... Die kriegt bestimmt Otskan und dann hat er den in der Hand oder so. Okay. Okay. Ich würde sagen... Das ist aber wieder ein super Erfolg für diese Folge. Langsam, langsam läuft es ja so richtig, ne? Und, äh... Dann hören wir hier nochmal auf. Und gucken morgen dann mal... Wie wir da unten in die Kanalisation kommen. Das ist aber weit weg. Das ist aber noch weit weg. Das ist aber noch weit weg. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und würde sagen... Bis morgen. Tschüss.